Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Livestream hier auf meinem Kanal Steffo. Ich hoffe euch geht's gut, meine YouTube Community und ich hoffe ihr habt Spaß diesen Livestream nachher zu verfolgen auf YouTube und ihr seht's gerade ich bin bei AJ Styles, 100 Punkte und wir fangen doch gleich mal an, oder? Ne, der hat mir zu viele Spiele. So, dann muss ich natürlich auch mal schauen, ob der Livestream auch läuft. Hm, naja spielen wir erstmal ein bisschen. Er ist online, der Livestream. Sehr schön. Ich muss ab und zu dann mal schauen, ob meine Tintenbruch schläft. Schaut gut aus. Sehr schön. Und das war Limba. Aber ich müsste eigentlich den AJ Styles da jetzt schaffen. Morgen dann noch ein paar Stunden und dann haben wir den. So. Ah, drei Punkte. Okay. Okay. Das war's. Oh, natürlich wird sie sich auf. Oh, scheiße. Oh, nee, oder? Oh, fuck. Waren wir es verloren, oder? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Servus, Lolo. Ja, 100 bei AJ Stites. Gerade das erste Match mal wieder verloren. Seit lange. Das war aber gerade taktisch nicht gut, was ich gemacht habe. Na ja, schau mal mein Deck an. Ich bin Survivor und ich schaffe AJ Styles. Jetzt, also, normal könntest du es schaffen. Na ja, also, könntest du es schon schaffen. Musste ich halt mal reinhängen. Ich bincipär. Ich habe einen, also, schau mal ein. Ich kann mich mal auf das Ganze wiederholen. Und ich bin nicht dran. Und ich bin nicht dran. Ich bin nicht dran. Ich bin deshalb auf das Riespult. Ich bin nicht dran. Alles klar, viel Erfolg. No locker. Ah, c'est so good. das Einiger Tempo bringt mir nix. Na gut, da hätt schon was gebracht. Gut, dieses Match werden wir gewinnen, aber da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, locker. So, die nächsten zwei Punkte. Ja, locker. Ja, locker. Rouxxx5 Okay. Das war's für heute. Schatze. Ah, das war wieder schlecht gemacht. Thrill Thrill 3, okay. Mein Gott, ey. Und dann noch die schlechte Gehebe. Scheiße. Gott sei Dank. Das müssen wir mal gewinnen. Jawohl. Kraftstärkte. Gott sei Dank. 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 Gegen den guten alten Brandon. Probieren wir es mal. Geht sogar gut aus. Oh, nein. Ah, das kann man auch sehr schön. Oh, nein. Servus sehens. Wieso? Ich streame seit um halb neun oder kurz nach halb neun? Ich spiele schon seit... 13 Minuten. Und alles klar, Jens? Und alles. Ich spreche mit ihm. Oh, nein. Oh. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh, nein. Oh, nein. Nee, nee, halb neun, hab ich gesagt. Oder geschrieben. Ja, läuft. Ich bin 104 bei AJ Styles. Das war mein Ziel, damit ich ihn proben kann. Aber seit 36 Punkten nur mit 1er Matches. Aber ich werde ihn schaffen. Wie sieht's bei dir aus? Wow. Schaffst du ihn? Habt ihr jetzt mal als Moderator gemacht, Jens. Hättest du ihn proben können? Servus, Liverpool, Gamer HD. Ja, Glückwunsch, Liverpool ist im Finale. Und ich hoffe, ihr schlägt sich Silvianer damit sie nicht zum dritten Mal den Pot holen. Achso. Liverpool, danke für dein Follow. Ich war's. Ich weiß, dass erivesse bei der Fall ist. Ja, Bayern ist Meister, wenn du das jetzt meinst, Jens. Hab ich noch nicht eingestellt. Kannst du das nicht einstellen als Mod? Moin, Torben, alles klar? Wirst du gleich sehen, Torben. Wo bist du, Torben, bei der Wo2Glory? Ja, weil ich Zeit habe, Jens. Na, beim nächsten Stream. Also ich muss mich damit erstmal beschäftigen. Ich weiß nicht, wie das geht mit Song Request. Kannst du sowas, Jens? Ja, der kann heute nicht, der Patrick. Sehr cool, Torben. Glückwunsch. Cool. Schaffst du ihn noch? Ja, nicht, oder? Tada! Ich bin bei 108 Punkten bei HS da jetzt. Und ich bin seit mit 36 Punkten nur mit 1 Damages beschäftigt. Aber ich werde ihn schaffen. Mein Ziel ist heute, so 140 Punkte zu holen noch. Und dann... Okay. Servus, Robert Zockt. Willkommen im Stream. Bring mal eins. Ja, ein Steak. AJ, sprechen wirYa. Und dann, wir müssen uns besitzen. Ein Teil. Okay, naja, du hast ihn aber auch nicht bei der Wing-Domination, ne? Da merken sie's ja eh nix. Du Arsch. Servus Arthur. Essen 200, danke für den Follow. Hi Essen. Damit ich die schneller trainieren kann, damit ich die nicht suchen muss. Hey Shou Yogan. Es ist nur zum trainieren, deswegen. Das ist mein erstes Survivor Diva. Ja. 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 War cool. Er ist bei der Video. in den Chat. Dann schaue ich gleich mal. Ja. 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 Es ist aber nicht mein Team. Ich bin nur Mitglied. Ja. Es ist natürlich doof, ne? Es ist echt scheiße. Es ist einfach mal. Ja. Es ist ja klar. Ich bin da. Es ist das. Ja. 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 Ja, Jens, wie schaut's jetzt aus mit dem Intro machen? Servus, Jonas! Cool. Auch von Supercard, erst in 200. Ja, guten Morgen, Jens. Ah, Tempo. Warum machen wir die Idioten hier? Okay. Hallo, Hasifransi. Wie weit bist du bei der Road to Glory ist? 200? ESLBJ. Luki9609, danke für dein Follow. So, nur noch 100 Punkte, dann haben wir AJ Styles. Geil. Und jetzt noch ein Survivor-Pull, das wäre so geil. Lucy9609, danke für dein Follow. Oh, jetzt müssen wir mal schauen. Ne, das brauchst du nicht machen, jetzt ist es spannend. Luki9609, okay. Oh, du bist sogar in der Gruppe, okay. Ja, ja, ja. Ja, da war gut. Wow. Geh. Alles klar, Robert sagt, was schaust du im Fernsehen? Kommt doch eh nur Scheiße. Ja, coole Karten. Nicht schlecht, Luca. Nein, leider nicht. Ich bin Survivor. Es ist nicht mein Team. Sein, warte, wartet. Äh, sag Teamname, Torben. Ach, da stand's ja trotzdem der Besitzer, ich Idiot. Hier, er ist der Besitzer, nicht ich. Ich bin nur hier unten, der Idiot. Hier, der hier. Ich bin der Letzte. Ich bin, glaube ich, auch der Schlechteste. Ah, Tobi. Hm, Tim. Eigentlich sind alle auf WrestleMedia, aber warum sind die jetzt auf Survivor? Pss, komisch. Hallo, Boom. Boom, oder was? Boom, danke für dein Follow. Shadow of Heaven. Ja, glaube ich, glaube, das kenne ich schon. Das, glaube ich, habe ich mir schon mal angeschaut. Aber wie hieß du, Torben? Nein, David, ich habe leider keinen Platz in dem Team. Na, ich kann doch mal fragen, aber... Maurice Irwin Kaiser. Nee, kenne ich nicht. Bist du das, oder was? Zina, Seburg. Wie schnell hast du den geproatet, Torben? Wahnsinn. Boah, Sting. Auch eine geile Karte. Ja, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen, Torben. Wer soll das dann sein? Zina? Muss ich den kennen? Also, ich kann fragen, weil, ganz ehrlich, wartet kurz. Ich finde ihn ja... Ihn finde ich schlecht. Weil, er hat in den letzten Road to Glories nicht mehr als 150 Punkte gemacht und das finde ich schon ein bisschen... Ne? Also, ich frage ihn mal. Kann er gar nicht jetzt einen Bailer präumen? Geil. Alles klar. Okay, Torben. So. Schauen wir nochmal. Pass. Pass. Okay. Ja, das ist die schlechtere. Ich will die beiden kombinieren. Was ist da nichts? Karte zu kombinieren gehen. Hallo? 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 Kannst du mich verarschen, Junge? Achso, ja klar, Torben. Ja, der hat gerade kein Handy, deswegen kann ich ihn nicht fragen. Ich kann ihn da nicht raustun. Aber wieso kann ich den hier nicht kombinieren? Achso. Aber seit wann kann ich den nicht kombinieren, wenn der... seit wann geht das nicht, wenn der NoW2Glow ist? Echt ist das schon immer? Ach, ich bin zu schnell. Okay. Wahnsinn. So, nochmal. Geile Sache. Ja, ich habe die blöde Kuh gezogen. Mal sehen, ob das müsste dann reichen. Ja, voll die beste Diva. Hör bis auf, ey. Das war meine Läderbelohnung. Und das war meine erste Survivor Diva. Leicht zum Kotzen. Torben? Du hast doch ein gutes Team. Alter, scheiß Flieger. Ich muss einfach zuhören, ob mein Sohnemann weint. Also nicht wundern, wenn ich mal die Kopfhörer wegnehme. Mein Gott. So, jetzt halt. War mir klar, dass das nur Spaß macht. Ach, dachte ich schon. Ach, dachte ich schon. Ich kauf dir keine Titelkämpfe. Auch nicht, Jens. Nee, sowas fahre ich jetzt gar nicht an. Ach, jetzt hat er den Scheiß drin. Schweinerei. Kommt das mal gleich mal aus. Oh, oh. Können wir verlieren. Scheiße. Ja, ich kenne den Nakamura. Aber nicht so. Ja, das mache ich. Natürlich, Zina. Ja. Ja, das mache ich jetzt. Ja, das mache ich jetzt mal. Ja, ich habe sogar zwei Kinder. Ja, ich verstehe nicht. Ich sage jetzt auch den Namen Skeletor. Ich verstehe das nicht. Wie kann man sowas abonnieren? Da ist keine Arbeit dahinter. Da stellt einfach nur die Kamera hin, legt das iPad hin, zeigt einen Finger. Was soll das? Wie kann so einer 3000 haben? Und ich rampel da mit meinen 115 Abonnenten rum seit fast einem Jahr und der hat in einem Jahr 3000 Abonnenten. Also, tut mir leid. Verstehe ich nicht. Wie man sowas dann unterstützen kann. Sehr schön, der Look. Okay. Hallo, Kevin. Geiler. Plays. Alter, der gewinnt ja scheiße. Müssen wir uns dann nochmal hier anstrengen, ey. Nicht noch ein Spiel verlieren. Das kommt nicht gut. Ach gut. Ach, schaffst aber noch. Und der Survivor Pull. Irgendwie kann ich ja ganz viel da tauben. Oh, wow. Ja, welche Deckstufe bist du denn, Luki? Oh, ja. Okay, Tom. Was war's? 148? Ah ja, es sind da nur noch 40 Punkte. Ah ja, schau mal, das sind 40 Spiele. Moin, Malte. Willkommen im Stream. Also, wenn du 148 hast, also sind da nur noch 32 Spiele. So. Schaffst du locker. Das sind sieben Stunden. Moin, Moin, Malte. Ja, ist klar, Jens. Das werden wir schon sehen. Okay, Luki. So. Noch nicht so, aber Plus Plus. Okay. Tim heißt mein Sohn. Also schaffen du wirst es schon. Mit Ebisch Plus Plus auf jeden Fall. 45 Punkte. Wie viele Punkte braucht man denn? Kannst du auch nicht nur noch 1er machen, ne? Ist doch cool, Kevin. Was hast du bekommen? Also, 45 Punkte. Es sind noch 120 Punkte. Mit Plus Eins an nur. Wird es schon. Ja, es wird schwierig, Malte. Also, es wird richtig eng. Musst du halt, oder du kaufst dir? Moin, Patrick. Ja, und du musst halt Titelkern verkaufen. Die sind im Bett. Und im Internet zeige ich meine Kinder nicht. Kevin auf Survivor, oder? Triple H und Ultimate Warrior und Summers. Gibt es auch Summers als Survivor? Oder Wessel Mania? Mach das, Kevin. Äh, mach das, Jens. Ach so, legendär. Ja, da musst du echt Glück haben. Also, da musst du echt... Puh, 120 Punkte. Das sind 120, äh, Spiele, ne? Das ist... Und du kannst da außerdem rund 120 durch 5. Wie viele Stunden das sind. Und... Ich bin auch zu klein. Fünf und, äh, ein Jahr alt. Ja, weil man im Internet so viele scheiß Sachen macht mit den Bildern. Deswegen zeige ich sie nicht. Ähm... Das sind 24 Stunden. Malte. Also... Musste jetzt anfangen und halt ganze Nacht durchzocken. Jetzt hab ich das schon wieder... Musste aber die ganze Nacht durchzocken, gell? Ja, genau. Ach, Jens. Alles klar. Ich wünsche dir viel Glück, Malte. Kevin, danke. Das meine ich ja. Es reicht ja, wenn ihr mich seht. Ja, deswegen würde ich es ja nicht. Ne? Alles klar. Das kann sein, ne? Ne, jetzt. Torben, hau rein. Okay, ciao, ciao. Ey, der Pringertsbuss. Servus und Stream. Das ist ein geiler Name. Nee. Ich glaube. chili importiert. Ja, ich variety. Das ist ein Georgiaves Wenn, das. Ja, ich meine. Da dieika. Ich weiß nicht, aber... Es ist ein années. Es ist ein besonderes Bean fern. erin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So Servus Heroes 961 Hallo Lockdown Good and you? You got me blushing You forever are alone You'll be my holy ground You forever are alone In immortality You forever are alone Fun? Why? Why? Oh Wow What? Kavit? Abi is hungry? Oh Machen wir noch ein bisschen Season 1 Oh Viel zu weit zurück Für die schaffst du das Wie gesagt das sind dann 30 Spiele Oh Und das sind 6 Stunden Servus Alice Also in 6 Stunden hast du dann die Page Ach Nicht erfüllen Sehr schön Was hast du denn geschaut im Fernsehen Robert Sackt? Warum soll ich den Namen sagen? Doktor Kannst du doch Deutsch Das ist schon halb 10 Krass Was ist der Kacke Zeit vergeht Zeit vergeht Okay Was ist der Kacke Ich bin froh dass du 3 Sprachen kannst Ich bin froh dass du 3 Sprachen kannst Ja Da musst du es jetzt machen Ja komm, du willst doch morgen 3-4 Stunden noch Zeit haben. Du musst ja nur eine Viertelstunde Steine zocken und dann eine Stunde warten und dann geht's weiter. Hallo, Baki, Ru. Baki, Ru. L-Luki9608, danke für dein Follow. Einen ganzen Tag, oder was? Bist du nicht da? Alter. Hast du zwei Accounts, Luki9608 und 9609? Chilli, wettet der Sieg auf. Okay. Das ist natürlich doof, dann, ne? Boom. Alter, die Brette zeige ich jetzt nicht alle auf, oder? Ja man, ich bin hier. Alter, die Brette zeige ich jetzt. Ey. Alles, danke für dein Follower. Nein, sage ich nicht. Und boom, kannst du schon werden, aber musst du halt erstmal ein bisschen Zeit verbringen hier in diesem Stream. Okay. 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 Malabend. Ich bin hier. husbands und ich Gast. Malabend. Ich bin hier. Marc gehört. Weil ich grad nur Schmarrn verzählts. Dass ich das Spiel verloren hab. Fuck. Aber gescheite Fragen, nicht so einen Schmarrn, was hier verzählts. Oh ja. Die ist Arbeiten. Berches Deck. Rotoglouidek oder steht doch mit euch. Keineren. Ja, ich bin im Jahrgang 88. Seit Season 1. Ich seh ja kein Momo. Wieso soll ich euch bannen? Nee, kann nicht schreien. Warum soll ich schreien? Blablabla schreien. Was soll ich? Ich sag diese zwei Wörter nicht. Worst? Ja. F Heritage. Dor team Felgen. F Wkarri auf Biß auf Biß wir was Was soll ich? Diesmal etwas annoyed. Ich hab sie jetzt eh gebannt, alles. Und boom. Wollt nur wissen, was eigentlich das heißt, das Kamidabi, aber das wollten sie mir ja nicht sagen. Ah, danke alles und boom. Ullaliz. Was soll mit dir sein, boom? Hä? Oh, nein. Was hast du gegoogelt? Ich hab gesagt, danke. dass ihr halt das geschrieben habt mit hört doch mal auf und so ein Schmarrn. Und was hast du gegoogelt? Was das heißt? Die Wörter oder was? Bestimmt schwul und so ein Scheiß. Natürlich wertet er sich auf mein Gott, Kevin. Ey Jens, ich musste gerade zwei Leute bannen. Du bist nicht da. Das ist eigentlich dein Job. Wie, schon wieder was essen? Alter. Wo ist mein Steak? Ach, die haben so einen Scheiß geschrieben. Sagt Kavit Apit oder sowas. Und haben so mal geschrieben Bannmilch, Bannmilch und ach, was das sehe ich nicht für einen Scheiß. Und dann habe ich sie gebannt. Weil sie mir dann auch so auf den Sack ging. Natürlich. Scheiße. Nein. Habe ich noch nicht. Boom. Aber auch erst 61 Follower. 24 Follower. 24, 24, 54, 54, 64, 74, 84, 94, 90, 94. 204. Das sind 90. 96. 48 Spieler haben hier noch vor mir. Und es sind 9 Stunden. 19 Kavit. Und servus. Irgendwie die. Gut geht's mir. Und euch beiden Kavit. Und irgendwie die. Ey, Kaspar. Servus. Alles klar? Ja, was geht? Schau an. Wunder 14 bei AJ Styles. Es ist toll, Essence. Weil du nicht erst alive bist. Und trotzdem bist du bei mir drin. Äh, Lee. Lee. Lee Kopf. Y. Danke für dein Follow. Aber wenn ihr beiden das jetzt wieder seid, mit, äh, banne ich euch gleich wieder weg, gell, Kavit. Und irgendwie die. Äh, ich glaub, wenn du das machst, dann wirst du gebannt. Äh, boom. Ja, ich weiß nicht. Ihr seid mir grad, da waren grad zwei solche Leute drin. Und, keine Ahnung, wie die heißen. Doktan und, warte noch kurz, Jens. Ja, klar, es ist da jetzt pur für mich, Kaspar. Ich glaub's auch, Boom. Ja, ja. Ist ja okay. Kavit. Nix. Ich hab euch ja noch nicht gebannt, also ganz easy, cheesy, meine Jungs. Jens, kannst machen. Jens, kannst machen. Jens, jetzt darfst du das mal machen, das ist deine Aufgabe. Jens, machst du das oder nicht? KW-D und irgendwie die. Danke. Danke. Ja, das kannst du machen. Boom. Ach, Torben, servus. Achso, ich dachte du bist für heute raus aus diesem Stream. Danke Jens. Wie viel Langeweile haben sich dummes Zeug reingeschrieben, Torben. Und davor waren sie auch schon drin, aber mit anderen Accounts. Achso. Das war's. So, habe ich, boom, schaue ich mir später an, ja? Na, klar, Kindergarten. Kasper, wie alt bist du? Danke, boom. Na ja, sowieso. Na, Tom, da musst du noch ein bisschen mehr hier im Stream dabei sein. Der Jens, der ist jetzt schon bei den letzten 4, 5 Streams dabei gewesen. Und ja, deswegen. Ja, ist doch cool. Das ist meine 6. Legendäre Diva, die Page. Oder sogar die 7. Ich glaube die 6. Tempo. Ja, aber... Der Jens, der ist von Anfang bis zum Schluss immer dabei. Und war jetzt auch schon... Also wie gesagt, bei den letzten 4, 5 Streams immer dabei gewesen. Servus, Ka, Maja. Ich hoffe... Echt? Meinst du 10? Ja, aber ich will auch nicht zu viele Mods haben. Versteht's ja. Der Patrick kriegt noch den Mod, das ist auf jeden Fall klar. Jetzt muss ich aber nochmal hochscrollen, wie alt jeder hier war. 15 der Kasper, 16 der Turben. 16 Allees. Ähm, noch nicht. Wie gesagt, ich... Ich hab dich ja jetzt erst zum Mod gemacht, wo du da warst. Ich weiß nicht, wie man das macht, wenn man... Ähm... Das macht... Ja, ich hab einen YouTube-Kanal. Hä, wie wird das denn nicht angezeigt? Hä, wie wird das denn nicht angezeigt? Ja, AJ Styles läuft. Momo. Es kann nicht sein, dass es schon wieder Salz ist, oder? Maja und Momo. Danke, Jens. Es kann... Ich will nichts Falsches sagen, aber es... ...kommt mir schon wieder ganz komisch vor. Mit Maja und Momo. Ich weiß es nicht, das kommt mir schon wieder so komisch vor. Nix als hier. Momo. Es sind 200, das ist doch cool. Wie viele Punkte bei AJ? Warte noch kurz, Jens. Wenn ich dann, wenn ich sage, jetzt kannst du Jens, dann kannst du es machen. Nein, wenn ihr alle anständig seid, dann werdet ihr nicht gebannt. Aber falls ihr es seid, wie viel Langeweile kann man haben, sich 100.000 Accounten zu erstellen, um einen Streamer zu nerven? Okay. Ja, Mann, ich bin immer fresh. Was? Ich bin hobbylos. Alles klar. Jens, du kannst... Jens, du kannst... Jens, du kannst... Jens, du kannst... Und du kannst... Ich verstehe das nicht. Wie kann man so eine Langeweile haben, um... Danke, Hens. Wahnsinn. Was, Traum, du willst jetzt einen Survivor King-Ausbring starten? Du weißt schon, dass dann die Finalspieler in der Nacht sind, ne? Na, wenn er zu dir kommt, dann hau ihn gleich raus. Ganz einfach. Auf solche Idioten kann ich verzichten, weißt du? Ja, wieso startest du dann einen King-Ausbring, wenn du es weißt? Das bringt ja gar nichts. Achso, du fliegst hier, fliegst, kommt sie weiter als die Qualifikation. Moinsen, Johannes. Wer ist J.B.? Meute, Servus. Und alle Matches gewonnen. Aber warum? Wie gesagt, die Finalspiele sind ja dann um 12 bis um 2, 3. Bist du dann immer wach, um Energie jetzt aufzufüllen? Ja, und jetzt quasi Luki. Wer ist das super? Was ist das, Johannes? Wegen euch? Ich hab schon mal gehört von ihm. Wegen euch, Luki, danke für dein Follower. Johannes, was willst du? Chan, kennst du ihn? Wen, welchen Chan? U, ich hab wohl raptischend. Den müssen wir die Follower. Bein die es ist. Derbeぜ, Ellen-Gespa' zum Haus, lass uns erst witnesses und doesn't. Warte, danke für dein Follow. Na, ist doch schön, wenn du 50 Punkte hast, ja, war das. Aber Torben, also wie gesagt, also ich starte meistens den King of String so zwischen 2 und 3. Okay, dann passt das, ne, dann kann ich dann so ab 6 Uhr dann sozusagen, ja, 6, 7 Uhr die Finals machen. Und ich muss das ja dann auch aufnehmen, ne, ich muss das ja dann auf meinen YouTube-Dings hochladen. Und wenn das in der Nacht ist, dann ist das auch wieder blöd. Jens, Johannes, Bann. Alter, das war schon wieder der gleiche Vogel, ne? Was ist denn heute los mit den Kindern, ey? Boom, soll ich dich bannen, ja? Ach, der hat, äh, ich liebe Drogen und dann hat er schon wieder Kavit gesagt. Jo, Mauri, servus. Auch mal wieder am Lande. Auch mal wieder. Wow Cool Kannst du Pwn? Servus Jakob7676 Kf 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 Oh, schön Jakob, hab ich auch. Boah, weiß ich nicht, Jens, wen willst'n du machen zur Mod? Aber zuerst bitte Absprache mit mir. Ja. Das war's. das ist der vor Ort zu scrollen meiner war der World Warrior ja aber Mauri wie lange bist du immer beim Livestream dabei so ich mache jetzt mal eine kurze Pause wir sehen uns bis gleich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 The Allianz G.I.R. 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 Savanah War 2 Glory ist natürlich der beste Was ist das? Yuki's Wolf. Nein, es ist ein 200. Ich bin in einem sehr guten. Ja, ich finde People's Champion kacke, weil man da echt 24 Stunden am Zocken sein muss. Ja, Wing Domination ist ja Glückssache, weil ich hab da kein Glück. Ich pick immer die letzte Scherbe dann. Okay, ich will das. Okay. 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 Das ist geil, gell, die Blümchen. Wer ist für mich die beste Karte in Supercard? Boah. Agile Stiles ist schon geil. Keine Ahnung, also es gibt da viele. Ja man, die Hütter sind weg. Ja, Roman Reigns, ich hab ein Team. Torben, schönen Abend dir noch, gell. Danke, dass du da warst. Du gehst schon wieder essen, Jens? Ja, Roman Reigns, so schaut unser Deck aus. Das war's. Ach so. Ja, weißt du, du musst halt dann 1er-Matches machen, Yuki's. Bei 5er-Matches wird es halt schwierig. Yuki's Wolf, danke für dein Follow. Oh, das ist so cool. Jakob. Servus, King Fishlike. Servus, King Fishlike. Jakob. 7-6. 7-6. Dankeschön. Danke für den Follow. 1. 2. 2. 5. 7. 8. 10. 11. 11. 11. 12. Na, ist ja cool. Och, schauen wir mal, wie lange ich noch mache. Auf jeden Fall noch ein bisschen. Das tue ich noch, Boom. Roman Reigns, danke für den Follow. Alter, krass. Jukuis, Jukis, ciao. Schön an noch. Was meinst du mit, wie heißt du? Roman Reigns. Ich bin, wie heißt du mit, wie heißt du mit, wie heißt du mit, wie heißt du mit. Mache ich gleich. Hi, Gatsa. 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 Oh, sei froh mit der Survival-Diva. ich nicht Ben Masterful ja klar bekomme ich den nach meinen Berechnungen morgen 18, 19 Uhr müsste ich ihn haben ok ja sei froh essen 200 ach Becky Lynch war das glaube ich ne oder Sascha Banks ok 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 schaust du ihn auch an Jens ok 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 hallo Toilette und hallo Jack Jack 9b danke für den Follower äh wie lange dauern noch 100 Spiele ok 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 Sascha Banks war das ja ok 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 Doch, gucke ich. Zehn Stunden, okay. Also 900 Spiele, zehn Stunden. Toilette. Ich habe heute meine 6500 Lederbelotung abgeholt und das war Alicia Fox. Natürlich schaffst du es morgen. Einen Tag hat es 24 Stunden, also kannst du es erschaffen. Mache ich gleich, Jakob. 9000. Schauen wir mal, noch ein bisschen auf jeden Fall. Schauen wir mal, noch ein bisschen auf jeden Fall. Schauen wir mal, noch ein bisschen auf jeden Fall. Das ist egal. Nur vielleicht ist es ja auch Kaffee, Jens. Ne, ich glaube nicht, dass ich dann was am Ende bin. Schauen wir mal, noch ein bisschen auf jeden Fall. Schauen wir mal, noch ein bisschen auf jeden Fall. Ja, nice. Ja, komm. Keine Ahnung, wenn ich Zeit habe. Ja, ich warte immer noch auf meinen Survivor-Pull. Ich warte immer noch auf meinen Survivor-Pull. Da müsste er eigentlich schon längst kommen. Aber irgendwie kommt er nicht. Schweinerei. Mein Survivor-Freebie war der Ultimate Warrior. Obwohl wir auf Survivor-Pull. hmmm alter Und da der Kopf. Das ist mir dann auch eingefallen, Jens. Das ist mir dann auch eingefallen. Ja, viel Spaß. Man, 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 man. Cool. Cool, cool, cool. Das ist natürlich auch cool. Hat er geheult? Ich habe es eigentlich schon gesehen, aber ich habe da gerade ein Video aufgenommen, so nebenbei. Alter, ist klar, 11.000, 55 Niederlagen. Ich lebe zu Hause. Nein, ich wohne in einem schönen Bundesland Bayern. Da, wo der deutsche Meister herkommt. Von wo kommt es hier so her? Boah, Alter, hör bloß auf, ey. Da habe ich keinen Bock drauf, gell? Da habe ich echt keinen Bock drauf. Ein Schwarmland. Wo ist ein Schwarmland? Glückwunsch herkommt. Glückwunsch herkommt. Ist das jetzt? Ich bin schon sehr. Und jetzt ist es. Ich werde dich nicht so herkommt. Ich bin schon sehr gut. Aber ich werde euch sprechen. Ich bin schon sehr gut. Ich werde euch das nicht soada ab. Ich werde euch ein fach. Ich werde euch ein bisschen glauben. Ich werde euch ein bisschen. D� die Tatsache. Ich werde euch ein bisschen. xx dragon xx19 will come in mstream oh my god james my mind faded my body wasted what we created must have been fading just promise me immortality i can't see you and me wait a minute wait a minute i can't see you ja man ich tanze dann aber das kannst du vergessen dass das heute passiert ja es kann hinkommen genau ich war auch schon mal in stuttgart also schon wieder schon wieder ja 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 das sagt mir jetzt nix ich wohne in der nähe da wo der UFC VV Wolfsburg sein Trainingslager hatte jetzt die letzte Zeit grad da schau hin jens es war eine Flieze eine Flieze hey Malte 53 Punkte bei Page ne war das oder ne ja ja die hat mich schon die ganze Zeit gedacht die scheiß Fliege Meinst du er jetzt hier beim Streamen oder so ein Kuhn da, Jens? Ja, aber nerven die Tiere. Die Websen hast ja über alles, ey, aber die Websen braucht keine Sau. Die Websen sind unnütze Tiere. Habe ich nur noch 24. Boah, 86 Punkte für ihn mir. 86... 43 Spiele. Und 8 Stunden noch. Also 8 Stunden und dann habe ich es geschafft. Hör bis auf, ey, scheiße, Psniler. Kann alles... Kann alles reinig. Hör bis auf, ey, scheiße. 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 Pfingst-Trarian. Achso, du meinst jetzt hier auf der Seite, oder? Meinst du das? Nein. Hör bis auf, ey, scheiße. Würde ich nicht machen. Ich weiß. Ich hab keine... Keine Ferien. Ich hab Urlaub. Ähm, Boom. Würde ich gerne machen, aber da ich mit Action, mit Action das hier mache, geht es leider nicht. Und OBS ist mein Laptop leider zu schwach. Drum kann ich kein... Drum kann ich hier nicht den Chat anzeigen lassen, und ja, ne? Nein. Nee, nee, Jakob, das kann ich... Nee, ich komm doch nicht aufs... aufs WrestleMania. So, und jetzt eh noch prone und dann... Nee, nee, nee. Das wäre eine ganze Leiste. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, brauche ich erst mal Geld. Boom. Nee, das glaube ich nicht, dass ich dann ein bestem Ende bin. Ich brauche wenigstens noch eine Survivor Pro Diva. Das war ich jetzt auch mal. Da war ich proportion丸. Dieinnen und Ab Cheerios включ coliin. Das war ich extrapol 우st customize für die Mutter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Ich dürfte jetzt eigentlich mal so mal der Plus sein. Bei uns ist es auch fühlungsfest. Danke. Muss man was... Wow. Okay. Okay. Und da kommen jetzt noch ein paar Nakamuras rein. Also auf jeden Fall bei ihm. Bei ihm. Eventuell bei ihm. Und AJ Styles Pro kann eigentlich auch jeder schaffen. Vielleicht er nicht. Er glaub ich hat auch Nakamura. Wir könnten auch Pornen. Also ja. Was soll ich das Team zeigen? Dann müssen wir essen. 200. Ja. 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 Jens. Schönen Abend hier noch. Geh, bis bald, wird's nächtle. Jo, danke, Jens, dir auch. Du, 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 du. Ich bin 27, boom. Ich bin 28, boom. Ich bin 28, boom. Ich bin 28, boom. Ich bin 28, boom. Okay. Okay. Hast du dich schon ein bisschen älter gemacht. Okay, alles gut. Okay. Okay. Und... Was will ich denn mit dem Scheiß? Ja, ich hab Skype. Jakob. Jakob, ein schöner Abend hier noch, gell? Gutes Nachtle. Gutes Nachtle. Können wir schon machen, aber ich muss dir eins sagen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich heiße. Jetzt weint mein Sohn, ich bin gleich wieder da. Okay. 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 Thanks, man. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schuss Untertitelung des ZDF, 2020 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 Silvus Schwenker Hauptsache der scheiß Android is giant ey. Wo ist der Mailer, ist er? Ich denke mal mein Zonschalter ist das immer die Musik. Zwei Mal. Zwei Mal. Europa, danke für dein Follow. Scheiße. 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 Belohnung. Und das ist meine erste Survivor Diva. Ah Maui, was zum Heulen. Ah Maui, was zum Heulen. Ja, das ist richtig. Ah, das ist doof, echt. Ich habe auch schon sechs legendäre Diven. Mein Gott, was ist denn jetzt los? Ich weiß nicht, dass ich das eh will kann. 14.000. Äh, war auch zu viel. Ich weiß nicht, dass ich das eh will. Ah. Boah, krass. Das ist, das ist krass, ja. Aber ich glaube, das haben sehr viele Diven Probleme. Ich weiß nicht, dass ich das eh will. Hallo, Miss Water. Ich weiß nicht, dass ich das eh will. Ja, sei froh. Essen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ist sehr stressig, gell. Ja, Twitch ist schon cool. Vor allem, weil du schneller Follower bekommst. Ja, ich weiß. Ja, süß da. Ja, du hast 30 verschieben, oder? Ja. Also 20 hast du. Ja. 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 oder? Echt? Oh Mann ey. Oh Mann, no one, no one. So. Oh mein Gott. Ja, bald essen. Bald. So, zwei Minuten noch. Ein Match war ich noch. Und dann ist es Feierabend für heute. Da glaube ich habe ich 132, oder? So. 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 So.